Ich mach gleich Rauch rein. Ich mach gleich mal. Wo bist du? Warte gleich. Ja, ich hab genug Zeit. Ich hab genug Zeit. Ich hab genug Zeit. Okay, ich hol dich jetzt. Ja, ich meine. Ich hab doch einen Rucksack genommen, oder nicht? Ja, ich such doch. Ich will doch nicht jetzt mal... Ja, oder die Große? Keile, halte ich dir den Rücken frei. Ja, das ist ein Mädchen, das macht ja alles voll. Das ist ja keine Spritze. Okay, komm. Ah, hallo? Warum? Ring nicht weit entfernt, 45. Die sind ganz nah dran, die Masten sind ab. Hallo? Ja. Das ist so scheiße. Ich gehe wieder auf die Rucks. Ring ist nicht weit weg, halbe Minute. Ich bin sauer. Ich bin sauer. Stufe 1. Du brauchst einen, wenn du keinen hast. Nie, stimmt, aber ich weiß auch nicht was. Hier ist ein Knockdown-Schild. Stufe 1. Fast geschafft. Wir sind in der Nähe des Rings. Ich stehe unter Beschuss. Ich gehe in dem Bereich. Wurde gesichtet. Wir gehen zusammen. Warum? 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 Nein! Von hinten! Die Sau! Naja, schade. Ich hätte jetzt eine 4-Kilz gehabt. Hätte ich ihn gesehen, hätte ich ihn erwischt. Aber die Laser, diese Strom-Elektrowaffen sind so schlecht. Los. Ja, die Elster und die Hebrow-Geigen, die auch nicht. Die sagen. Dann wollten Mädchen mitlaufen, wahrscheinlich eine Pflegerin. Ja, das Aim ist bisschen schwer, aber trotzdem. Also, wenn sie erwischt. Ba-bye, mal da. Was ist los, Schatz? Ich schaue auf die Hunde. Weil, weil, da wollen Mädchen mitlaufen, wahrscheinlich eine Pflegerin, um zu kontrollieren. Dann sagt sie, wir wollen ein bisschen auf unser Obst sein. Die müssen das ja kontrollieren. Wenn der Opfer was hat, dann steckt er die ganze Station an. Mhm. Ich hab gesagt, wenn du das letzte Messe, dass ich den O-Bahn jetzt sehe, in der Polisast, die haben viele. Keine Rücksicht, die sie sehen sollen. Es passiert nichts. Der ist alt. Selbst eine Erkennung kann ihn umbringen. Gott schütze ihn. Ja. Hey, ja, beiße mir noch ab. Dann ist es hier nass. Nass gemacht. Papa! 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 Ich bin so gemeint, dass der noch nie kommt. Es geht doch nichts über Kalten Stahl an dem heißen Tag. Wenn die Götter es wollen, gehört der Sieg uns. Das ist euer Champion. Lieber nicht blinzeln, sonst verpasst ihr mich. Die Schlacht liegt unter uns. Markiere unsere Umgebung. Lade nach. Unsere Feinde sind ihrem Schicksal begegnet. Dieser Squad ist unten bleiben. Ich helfe dir. Danke für die Rückendeckung. Hätzer? Hörst du mich jetzt? Ah, mein Hätzer war leicht draußen. Hier, Louis. Ich brauche Gesundheit. Vielen Dank. Halt dich hier erst, bevor du scannst. Keiler, haltet ihr den Rücken frei. Achtet auf den neuen Killspitzenreiter. Ich brauche eine Spritze, wenn's so richtig eng ist. Ich segne mich mit Knack. Vielen Dank. Gehen wir dort hin. Mal wieder zum Sumpf runter. Ja, hier. Sehen wir uns diesen Bereich hier an. Ich geh mal runter, weil da ist meistens immer guter Loot. Die kamen wahrscheinlich von dort. Gehen wir uns diesen Bereich hier an. Gegner genau hier. Gehen. Oh, ich nehme, glaube ich, mal die Mastiff. Lade meine Schilder auf. Hier ist eine Iwa-Schrottplante. Wo ist dieses komische Viech, Alter? Achso. Ich höre es die ganze Zeit. Find's noch nicht. Ich brauche einen Moment, um meine Schilder aufzuladen. Hier ist ein Helm. Du kannst nicht. Wir haben den Vorteil. Wir sind dem rechten. Scannet den Bereich. Boah, die Longbow. Oh, scheiße. Welche Nahwaffe nehme ich da jetzt ab? Ah, ich nehme die Longbow. Genau. Vielleicht gibt's Dallau. Hier ist dein G7-Scout. Also wenn's so, ähm... Danke. Achtung. Blieb zur Hände bereit aus. Kärntpaket von oben. Cool. Nimm mal her damit. Gesundheit. Nice. Scannet den Bereich. Ich hab hier eine Anpassung. Schnelles Malta. Oh ja, die brauch ich. Kannst du es mir mitnehmen, Luis? Segen mich, man Klau. Ich hab hier eine Anpassung. Achtet auf den neuen Killspitzenreiter. Achtet auf den Killspitzenreiter. Achtet auf den Killspitzenreiter. Da ist ein Evo. Ich habe hier ein Evo-Schild. Stufe 1. Hier ist ein Lockdown-Schild. Stufe 4. Danke. Nein, alles gut, alles gut. Oh, die Zone. Wo hast du vielleicht ein Scharfschützenvisier? Zufällig. Wir haben ein blauer Helm. Okay. Das Evo-Schild, wollt ihr das haben? Wo war das jetzt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ah, hier. Hier ist ein Helm. Stufe 1. Ich habe hier ein Evo-Schild. Stufe 1. Vergiss es. Das brauche ich. Ist doch wurscht. Komm, weiter geht's. Ja, wir sind die Hardcore-Camper. Was? Weiß ich doch nicht. Ich sehe dich ja eh immer. Sonst sind wir ja... Eine Minute. Der Ring ist in der Nähe. Ich bin heute mit der Energie nach vorne gestürmt. Der Ring ist um die Ecke. 45. Ja, ich habe schon gut aus. Ja, das war's. Ja, weiß ich ja. Aber so läuft man schneller. Hier ist Energieproduktion. Brauche ich jetzt. Ich habe eine Pumpe und Scharfschütze. Kielspitzenreiter eliminiert. Warnung. Inaktuell in Bewegung. Gute Arbeit. Gibt in den nächsten Ring. Ich muss sagen, mit der Longbow, die ich habe, Luis, wenn du da drei, vier Treffer machst, ist der platt. Kälpakt ist ausgeliefert. Kälpakt ist von oben. Das ist meine... Meine Rauchgranate, macht auch keinen Schaden. Zwei feindliche Squats am Leben. Wir nehmen den Sieg. Oh, Luis. Noch zwei Squats. aber wahrscheinlich haben die alles haben die alles gold oder so da kommen vorne kommt es runter wir sind nicht außerhalb des rings selber die keine ahnung soll muss holen oder soll man es nicht holen ach komm brauche ich nicht oh der grabber äh da hier willst du den sniper haben nur den sniper oder nicht nicht dann kommt immer wieder high ground ja weiß ich ja von wo schießen die komm los laufen lieber brauche einen moment um eine schild aufzuladen ach der hat dich getroffen oder was der Kampf ist nicht ausgeglichen mehrere Spons greifen an markiere unsere umgebung ich bin gefallen ja weiß ich ne mach mal Dings an mach mal deine Sicht an werfen 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 der ist lau der muss doch richtig lau sein der muss doch richtig lau sein ich hab dich gerade so richtig lau gemacht komm los pushen komm los pushen die nicht der die Es ist der Apex Champion.